Oh mein Gott, es funktioniert doch, oh mein Gott, Melonioschi, es funktioniert. Ja, ich bin, 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 ich bin im Neto. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft, Minecraft Badwars, äh, ja, lang, lang ist es her, seitdem wir Minecraft Badwars kamen, ich wünsche euch einen schönen 1. April und, ja, April, April und schönen 1. April, keine Ahnung, äh, das Video wird wahrscheinlich am 1. April kommen, ich muss es aber heute noch schneiden, deswegen kann ich nichts versprechen. Ich hab Lecker. Ähm, genau, äh, gerade, das war schon wieder so eine Fail-Aufnahme gerade, weil einfach ich Musik und Ant hatte, und, äh, einfach, äh, ja, vergessen habt ihr auszumachen, und dass Copyright Musik war, ja, gut, ne? Ja. Ach, graues Tod, warum will ich jetzt denn ein Bett abbauen? Ich baue so die ganze Zeit das Bett ab und sehe denn erst ein graues Tod. Ach, komm. Äh, genau, der Melonioschi, der ist auch dabei, und der hatte vorhin eine ganz, ganz schöne, wunderbare Idee bezüglich des Nachfolgers Minecraft Teams. Was ich in diesem Video, by the way, machen wollte, ist, ich wollte, äh, das mal mit dem Neta-Portal, was ich schon lange geplant hatte, mal probieren. Weil, ich hab überall, oder bei vielen gesehen, dass man in den Neta gehen kann, in Minecraft Bad Wars, was ich aber nicht so ganz glauben kann. Deswegen probieren wir es jetzt. Ich glaub nicht, dass man hier in den Neta kann. Glaub ich auch nicht. Oh, Türkis. Gab's überhaupt in der 1.8 den Neta? Ich Junge, den Neta gab's schon in der 1.2 oder so. Nee, oder 1.1.1.5 gab's, glaub ich, schon in den Neta, aber da konnte man den, glaub ich, noch nicht so ganz besiegen. Weil da hatte der Neta, glaub ich, noch so... Willst du den Neta besiegen? Nee, nee, äh, den Enderdragon. Das Ding ist halt, äh, im Neta von der 1.5, wenn ich mich jetzt nicht alles täusche, waren halt überall so viele, übelst viele Türme. Also da gab's nicht nur diesen einen Turmring, sondern da gab's irgendwie so, auf der ganzen, im ganzen Ende... Wir sind das einzige Team, was, äh, was ein Bett hat. Echt? Ja. Äh, gab's halt überall einfach solche, solche Türme. Überall, ich weiß, vielleicht, vielleicht sogar unendlich, das kann ich gar nicht mal sagen. Aber deswegen weiß ich nicht, ob man da auch, ja, ich kann nicht reden, richtig, das besiegen konnte, den, den, den Enderdragon. Aber den gibt's schon sehr, sehr lange, jaja. Der ist, äh, neben dir, vor dir! Oha. Och, schade. Der hatte 5 AP. Ja, ich hatte 4. Achtung, grüner hinter dir. Alter. Bewegt wie ein Mann, ey. Hab' ich ja kein Stück bewegt, ey. Voll in Säcke, ey. Äh, ja. Aber ich hab' ja ein Bett. Minecraft Underwater. Der Nachfolger von Minecraft Underwater ist ja auch schon geplant, ne? Kann ich ja erzählen. Echt? Ja, der ist auch schon geplant. Hab' ich in der Zeit gepennt? Ja. Anscheinend. Alles klar. Den haben wir zusammen geplant. Achso. Ich hab' beide. Ähm. Haben wir zusammen auch noch besprochen, hä? Okay. Ist vielleicht schon... Lass' wir mal. Ja, der ist, der ist auch schon geplant. Da will ich aber noch nix spoilern. Außer, dass, äh... Ja, dass nicht... Kein normales Projekt wird. Wie Minecraft... Ja gut, Minecraft Underwater ist auch nicht normal. Aber... Aber es wird kein normales Projekt im Sinne von der Welt abhängig. Aber ich will auch nicht zu viel spoilern. Ich weiß gar nicht, wo ich die Notizen habe. Hast schon wieder Notizen gemacht, ey. Ey, ich mach' bei jedem Projekt Notizen. Echt? Ja. Alles klar. Ich dachte, ich bin schon komplett der Planer. Aber der kommt noch mit Notizen an, ey. Ich schreib' mal Notizen auf. Okay. Okay, gut. Ich mach' auch Notizen eigentlich. Aber nicht auf Papier, sondern auf mein Handy. Nee, ich schreib' das mit einer Schreibmaschine. Schreib' das noch mit so einem... Mit so einem Federstift. Ja. Junge, der wird sich jetzt auch denken, was ein Hacker. Oh, ist der... Ach, lol. Rot hat ja gar kein Bett mehr. Ja. Aber gefühlt jeder noch... Ich hab' den einen Rotten gekillt. Gefühlt, alle haben noch ein Bett. Außer Rot. Okay, Grauer hab' ich auch gekillt. Gut. Ich hab' zwei Mürz für dich. Wir bauen heute das Nita-Portal. War's, schade? Okay. Achso, ja, stimmt. Äh. Komplett vergessen. Ähm. Ja, aber seid ihr auf alle Fälle gespannt, ne? Und nicht vergessen! Abonnieren und Glocke aktivieren, ne? Und das ist jetzt kein April, Schatz. Das müsst ihr wirklich machen, Alter. Komm, 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 komm. Habe ich so auf die Schnelle gemacht, weiß'n so. Ich muss schnell Ressourcen lagern. Grau ist weg. Boah, gut. Der Heavy weg. Ich hab' den runtergestoßen. Achso. Ich hab' für dich zwei Mürz. Okay. Dann sammel weiter fleißig. Ja, ja. Wie eine Biene. Ja, ja. Okay, ich hab' das erste Obsidian. Wir sollten jetzt auch schon Emuels bekommen in der Forge. Ja, ein Emuels. Nächstes Mal spar' ich aber. Ja, oder so. Ich hab' schon ein paar Blöcke platziert. Danke. Ähm. Ja. Och. Den hast du nicht gekriegt? Ja. Aber zumindest einmal gehittet. Ich krieg' den aber. Kapper? Ach doch, ich krieg' ihn wirklich. Oha. Was für Kapper, ey. Was für Kapper. Ich hab' den wirklich gekriegt. Junge. Ich denk' mir so, oh nee, jetzt bist du tot. Hm. Doch nicht. Kommt der wieder? Nee, oder? Lass mal Grau eliminieren, oder? Ach, die Nerven halt schon, aber. Ja, mein Gott. Guck mal, jetzt nehmen wir da noch genug Teams. So genug Zeit für ein Neter-Portal. Ja, wahr. Aber Grau find' ich grad fackt irgendwie ab. Oh Gott, was hat Grau für'n Weg gebaut? Ja, ich glaub' jetzt greifen beide an. Einer ist runtergefallen. Äh, warte mal. Wie viel Smiracles hast du schon? Äh, na, Tro liegen, glaub' ich, drei Stück, würde ich erstmal schätzen. Okay, ja, ich hab' ich hab' einen. Ich warte noch die sieben Sekunden auf den zweiten. Ich hab' wieder einen. Ah, Grau kommt, Grau kommt. Das ist nicht gut. Achtung. Ich bin da. Ah, tschau'n. Trösschen. Bin zwar auch gestorben, aber mir egal. Ich hatte jetzt nichts wertvolles, außer Blöcke, die ich verlieren könnte. Aber unser Bett ist auch schon wieder sein gebaut. Und jetzt wird da wieder, genau. Zwei fehlen noch. Ein, okay, eins, mal Rats ist in der Kiste, wir brauchen noch drei. Warte mal, sechs. Achtzehn. Ja, gut. Alter, wenn wir das wirklich in dieser Folge gebacken kriegen, alter, dann ist das, dann, ja, nice. Dann haben wir gezielten Feuerball draufschmeißen, dass da Feuer entsteht. Stimmt, Feuerball, kann ich gleich schon mal in der Forge bleiben. Ah, gut, der ist aber komisch geflogen. Egal, komischer Vogel halt. Komischer Vogel, wegen Fliegen. Na, Juhu, der hat so richtig gelegt und einen komischen Knockback bekommen. Oh, Emma, weil das in der Forge gesponnen. Ja, ja. Haben kein Bett mehr. Graue? Ja. Schillig. Ähm. Ich bin tot. Ja, wir brauchen noch zweites Mal Rackles. Okay. Haben wir noch zwei. Wir brauchen noch zwei Mal Rackles, sagen. Das ist das Wort cool, das ist mal Rackles. hashtags schreibt man das irgendwie sowas was in der art jetzt zu sterben dass das ein kurs tot das bett ist halt auch nicht so gut eingebaut was für gut ich war so gut eingebaut nur alle haben so holz und so wir sind das einzige team was nur so mit molle baut ok noch eins mal gut ansonsten warten wir in der forge ja gut ich habe ihn ganz kompliziert auf heute hat mit block hätten gearbeitet oh gott also ich bin gespannt ob das jetzt funktioniert alter in das funktioniert ich komme hast du ein nein ich habe zwei dann upgrade mal die forge ach ach du hast sie schon soweit gehabt ich brauche noch zwei dias dann kann ich ihn noch mal ich habe keine ich habe nichts vielleicht born aber gleich in der frucht noch einmal wird ja weil ich vorstelle dir also zwei kommen vorne 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 so ich kann abwerten ja da ist so und jetzt okay ist das zeit ich war der warte warte ich will einfach blöcke einfach ersatz falls unser bett frei sprengst ja ok naja ich bin da muss feuer entstehen irgendwie er war der feuerzeug gibt es auch noch feuerzeug es gibt feuerzeug gedacht nee es gibt kein feuerzeug es gibt kein feuerzeug welcher wäre so spielst du ich bin 21 20 oder was ich hätte gedacht es gibt ein feuerzeug ich habe hier feuerbelle ja ich habe also da muss irgendwie so feuer entstehen ich mache mal so hier also da muss feuer entstehen eigentlich kann sich feuer hier ausbreiten weiß ich nicht habe ich nie darauf geachtet kann auch mal ein feuerball holen aber macht denn ein feuerball auch wirklich feuer ja ja weil man auf diese fläche schießt mal auf diese fläche hier die ich gebaut habe ich schieß mal von weiter weg vielleicht macht also da entsteht auf jeden fall feuer das weiß ich dann bin ich immer gestorben nämlich zeit live jetzt ist feuer dann noch mal das portal zu mit wolle mehr und rein theoretisch also ich weiß nicht ausbreiten kann aber vielleicht muss man ganzes portal bauen das ist doch er kann ja sein dass das in der version so ist nein das macht doch keinen unterschied sicher ja leute vielleicht vielleicht ist das alles wirklich fake news ich probiere es auch mal aus war immer weg und ich habe ja schieß mal von weiter weg schießt noch von hier oben hatte ich platz hier mal was du musst ich hier ich hier so müssen keine nein nein das ist das feuer das entsteht ja dort wo der block entsteht war ich schieß mal schieß mal ja ich denke ich auch nur was so was sind das für vollpfosten dort ja die sehen ja dass wenn dings haben und dass wir das gerade vielleicht probieren es funktioniert was nein kommt vielleicht ist nie der nähter ist deaktiviert die haben das in den servereinstellungen so gemacht dass der aber man kann es angeschalten oh mein gott freunde 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 das allein ist schon erfolgreich egal ob wir sterben schon das allein ist erfolg genug oh mein gott es funktioniert doch oh mein gott ja ich bin ich bin im netter ich bin gerade noch mal rein das funktioniert es funktioniert was zur hölle ich bin einfach im netter jungs alter einfach im netter das habe ich jetzt nicht gedacht dass das wirklich funktioniert doch es funktioniert wirklich wahrscheinlich funktioniert das alles ob das funktioniert ich bin ich habe mir gerade noch gedacht ja ja brauchst du das noch mal komplett und dann gehen auch mal rein aber es ist wirklich doch funktioniert da mussten wir wahrscheinlich einfach nur länger drin sein lol oh mein gott alter quats und so jetzt kann ich close down holen gravel könnte ich holen alter ja prägen tut uns aber nichts nee alter ich hätte das aber nicht gedacht dass das wirklich funktioniert ich ohne ich wusste nicht mal dass es überhaupt funktioniert dass es angeht ja gut dass selbst daran habe ich schon gezweifelt okay ab wieder nach hause okay freunde das wäre es für die folge gewesen und ich muss noch dazu sagen april april es geht nicht mit dem netter es geht das anzuzünden das real aber es geht leider nicht mit dem netter aber hey komm ich dachte mir kann man das doch mal nehmen als kleiner april scherz als spontan ab april scherz ja vielleicht seid ihr sogar darauf reingefallen lustig aber das anzünden geht wirklich aber reingehen wurde ausgestellt tut mir leid aber ja ich würde sagen das ist für die folge gewesen ich wünsche euch noch einen schönen ersten april bis zur nächsten folge wenn es geht es wahrscheinlich weiter mit manches an der worte ja hau da rein leute bis zur nächsten folge und tschau und